Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freibeuter und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu den Fischmarktmöwen, der begleitende Podcast zum Störtebäcker, zu den Störtebäcker Festspielen im Spieljahr 2024. Zu dem Stück Hamburg 1401. Mein Name ist Alex. Ja, mein Name ist Axel. Herzlich willkommen auch von mir. Hast du wieder schön gemacht, Alex. Heute ganz besonderes Flair hier. Also wir sind heute, man hört es natürlich nicht im Podcast, man sieht es aber eventuell auf YouTube, weil diesen Podcast kann man nämlich nicht nur hören, den kann man auch sehen. Wo auch immer das nachher passieren wird, wir lassen uns mal überraschen. Ich bin mal ganz gespannt. Und damit wir auch nicht nur alleine quatschen, macht dann natürlich Sinn, auch einen Gast dabei zu haben. Also mir ist ja gesagt worden, dass es in 47 Länder übertragen wird. Ja, das ist sowieso. Das ist mehr wie Olympia. Dass er mich nicht enttäuscht. Und bei Onlyfans sowieso noch gegen die Bezahlschranke und so, ist ja gar keine Frage. Und da hört ihr ihn schon. Unser Gast heute. Herzlich willkommen, Wolfgang Lippi-Lippert. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns ganz doll, dass das geklappt hat. Man sieht es euch an. Ja, oder? Ja, und der Schweiß steht uns auf der Stirn. Schön. Ja, das Problem ist, so eine Entführung von einer berühmten Persönlichkeit kostet auch immer ein bisschen mehr. Die Schauspieler von der Bühne, die schleppen wir einfach immer so weg. Aber bei dir mussten wir schon mal so ein bisschen, ein paar Leute mussten wir uns stechen. Du, wir haben eine Weile gewartet. Also ich glaube, Anna hat mich im letzten Jahr gefragt, ob ich es machen würde. Und sie sagt, wir gehen es mal ganz ruhig an, wenn du vielleicht im nächsten Jahr... Mit ein paar Kameras und ein bisschen Licht und so was. Erst mal gucken, wie die Jungs sich schlagen. Ja, weißt du, wie wir uns so anstellen, bevor wir dich dann her... Alles prima. Ja, alles prima. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Das ist jetzt ein tolles Interview, finde ich. Ja, läuft, oder? Wenig Fragen und... Das geht jetzt los. Nicht peinlich oder so. Wie es mir geht? Ja, Herr Gruppen, genau. Erzähl doch mal. Eine wichtige Frage eigentlich. Mir geht es wirklich gut. Wir sind kurz vor unserer Derniere, also große, anderthalb Wochen noch. Ja, aber ist schon gut. Und die Stimmung ist nach wie vor toll im Team. Das finde ich immer ganz besonders gut, wenn man sich mit den Kollegen versteht, wenn man da wirklich gerne zur Arbeit geht. Nicht nur den Kollegen, die kleinen Darsteller, wer alles da bei uns da hinter der Bühne rumtont, die Pyrotechniker etc. Ist immer ein angenehmes Wort. Wir wünschen uns immer Toi, 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 immer noch. Was neu war in diesem Jahr, das haben die Schauspieler, die jetzt wirklich im ersten Jahr mit dabei sind, die applaudieren jetzt mit dem Publikum mit, wenn also der nächste Schauspieler auf die Bühne kommt und angesagt wird. Das war schön. Also hatten wir vorher nie. Und jetzt machen wir, die wir schon länger dabei sind, das war schon auch so ein bisschen, auch eigentlich eine ganz schicke Idee. Letztendlich ja auch so Kollegenkompliment. Wertschätzung, na klar. Wertschätzung. Und ich sage immer, ich habe so einen alten Spruch, Kollegenkompliment ist so ähnlich wie eine Perle, so selten wie eine Perle in einer Muschel, weil Kollegen schauen schon auch manchmal genauer hin. Ach ja, wirklich? Würde ich schon sagen. Okay, doch, das würde ich aber auch sagen. Also die Kollegen, die wir hier so interviewt haben, und wenn die sagen, das finde ich toll, wie ihr das macht, dann ist das nochmal was anderes. Und schön ist auch so gleich das Bild, was du gezeichnet hast, so mehr, das ist ja, du bist ja auch, das ist ja Wahnsinn. Ja. Man merkt das sofort, Profis dabei, ne? Ja, ja. Na ja. Ja, das ist ja schön. Und jetzt können wir dann in dem Moment, können wir auch noch eine Muschel unten mehr einblenden und dann ist alles wunderschön. Darf ich die erste Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich sowieso gesagt. Ich meine, wir wollen ihn jetzt nicht. Nee, aber das ist nicht meine Art, dass wir ihn schneiden, aber ich denke, man hat sofort gemerkt, dass wir da irgendwie... Wir, ja, ja. Wir sind nicht wie einfach, ne? Wir sind so drei Leute, das ist richtig. Es geht eigentlich nur um Kirche, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt muss ich mal fragen, wer ist denn eigentlich mit dem Spitznamen Lippi um die Ecke gekommen? Warst du das alleine oder hat das irgendjemand mal... Nee, das ist... Also so ganz genau weiß ich es gar nicht. Oder sagen wir mal so, meine Erinnerung ist in der Schule, wo wir wirklich noch gebolzt haben, so ich weiß gar nicht, ob man sowas heute noch macht, also auf dem Schulhof, aber... Heute heute mit Handy. Oder am Handy oder sowas, ja. Also wirklich noch gebolzt und irgendwie Blödsinn gemacht und das Schwitzkasten und weiß ich nicht was. Da hat dann mal irgendjemand gesagt, Lippi, hör auf jetzt oder irgendwie so. Also dieses Wolfgang Lippert, Lippi und also dieses Schumi oder weiß ich nicht, wie auch immer. Also es kommt tatsächlich aus der Kindheit. Und deswegen ist es, also gibt es schon ganz lange Sagen, die Leute, Lippi spricht sich gut. Ich habe angefangen mit Kindersendungen. Die waren so acht bis zwölf, die Kinder. Die Sendung hieß Hedou damals. War eine meiner schönsten Fernsehzeiten und die haben natürlich auch mal viel lieber Lippi gesagt als Wolfgang oder als Herr Lippert oder irgend sowas. Deswegen ist es so geblieben. Ich höre gleich auf, eine ältere Dame hat neulich mal zu mir gesagt, Herr Lippi. Herr Lippi, so was soll ich sagen? Also so alles, so Wertschätzung und trotzdem auch Vertrauen. Musstest du lachen? Ja, natürlich. Klar. Aber du lässt dich auch so ansprechen, das stört dich auch nicht. Nö, die Leute fragen oft, wie wollen sie denn angesprochen werden? Ja, außer Eierkopf oder so. Alles gerne. Kann man sich wünschen. Ja, du bist ja Sänger und Moderator. Ja. Ja, das sieht so ein bisschen jetzt leidend aus, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Ja. Sag mir mal, was du lieber machst. Naja, ja eigentlich alles lieber, weil das eine hat sich aus dem anderen irgendwie ergeben und umgekehrt. Also ich habe eigentlich mal Musik studiert, also nachdem ich einen richtigen bürgerlichen Beruf gelernt habe und so weiter. Kfz-Meister? Ja. Aber es war dann letztendlich doch nicht so meine Passion, obwohl mich sehr für Autos nach wie vor interessieren, Autonare bin. Und ja, aber ich bin dann da irgendwie abgekommen. Fotograf war noch in der nächsten Station, aber auch mehr Assistent. Ich habe keinen Abschluss. Und dann ging das Musikstudium los. Und ja, und da bin ich dann eigentlich letztendlich bei geblieben. Und eigentlich kam so die Moderation irgendwie mit dazu. Ja. Also weil irgendwie musste jemand mal was ansagen und dann habe ich es irgendwann mal gemacht und dann dachte ich, war nicht so schlecht eigentlich. Und dann war ich zu Gast, also die ersten größeren professionellen Schritte als Moderator, zu Gast in einer Kindersendung, die ich dann später moderiert habe. Hey, du hieß die. Und die Kinder sind mir alle hinterher gerannt da. Und ich den Kindern aber auch. Also es war so eine gegenseitige Liebe auf den ersten Blick. Muss man ja heutzutage vorsichtig sein, aber wenn du das so aus der geschichtlichen Sache erzählst, ist das eigentlich eine gute Sache, ne? Ja, ich habe mich so ein bisschen wie ein Rattenfänger gefühlt. Das hast du jetzt gesagt. Und ich war ja nicht der Lehrer, sondern der Kumpel. Also derjenige, der so das gemacht hat. Und das war wirklich eine wunderbare Zeit. Und die Regisseurin, und das ist auch ungewöhnlich, dass man als Sänger, also ich habe dort Erna kommt gesungen in dieser Sendung. Und da waren die Kinder so da rumgehobst wie Brausepulver und fanden alles ganz prima. Und dann kam die Regisseurin nach der Sendung und sagt, Wolfgang, Wolfgang, könntest du dir vorstellen, ich habe dich beobachtet hier, das ist ja einfach sensationell, wie es mit den Kindern hier funktioniert, könntest du dir vorstellen, diese Sendung zu moderieren? Und da habe ich wirklich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so viele zusammenhängende Worte reden kann oder Sätze reden kann. Und dann hat sie gesagt, kann man alles lernen und dann ging das los. Und ich habe meine erste Sendung, und da gibt es wieder den schönen Rückbezug zu dieser wunderbaren Insel hier, in Babel gemacht. Meine erste Live-Sendung in Babel mit Schwitzehänden und einem angeklebten Bart, der immer drohte abzufallen, weil ich auch geschwitzt habe vor Angst und vor Wärme und so. Und das war meine Feuertaufe, hier in Babel, in diesem großen Glaskasten da, der heute immer noch steht, irgendwie wieder restauriert wurde. Aber hast du es denn nachher noch weiter gelernt oder hast du noch irgendwie eine Ausbildung weitergemacht? Ja, also dieses Musikstudium, müsst ihr euch vorstellen, dieser Klasse waren von Tamara Danz, von Silly, Pudis, Karat-Leute und so weiter. Also sehr, sehr viele Menschen, die man in der Musikszene über viele Jahre kannte oder sich über viele Jahre auch gehalten haben in der Szene. Wir waren ein toller Jahrgang, würde ich mal so sagen. Und es gab dann irgendwann ein Komitee für Unterhaltungskunst, hört sich furchtbar an, aber war eine tolle Institution, wo man Begabte weiter fördern wollte. Das war wirklich toll, weil es war kostenlos. Wir haben immer gesagt, es gibt zwei Arten von Ausbildung, eine ist kostenlos, die andere umsonst. Und wir hatten die kostenlose Variante und dazu gehörte Schauspielunterricht, Sprecherziehung, Szenenstudium, Psychologie, Tanz, Jazzdance, Stepptanz und, und, und. Also es war einfach großartig, in so ein Gefüge zu rutschen. Interessanterweise waren das nicht alles Eleven oder alles blutjunge Leute, sondern auch Erwachsene. Vor mir steppte zum Beispiel Helge Hahnemann in der Klasse, in der wir waren. Das ist ein Lehrer, der aus Prag damals zu uns kam, der auch Helena Wondratschkova, Georgie Korn. Ihr seid noch ziemlich jung, ihr werdet die Personen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber das waren wirklich großartige Leute, die schon eine westliche Anmutung hatten, Showstars. Und die waren auch Schüler von dem, der war glaube ich damals 76 oder sowas, nahm immer mal so einen kleinen Stapel Tabletten und danach ging es wieder weiter. Aber der sah so Fritz-Estea-mäßig aus, war ganz schlank und so. Das war ein Part. Und wir mussten alle halbe Jahre dann unter Beweis stellen, dass wir etwas dazugelernt haben. Dann wurde auch wiederum dieser Vertrag verlängert. Diese Veranstaltung hieß Rechenschaftslegung, also auch ein recht unerotischer Name. Das ist typisch deutsch, sperrige Aussprache. Und ich fand damals so, Sponsor war Karl Zeiss Jena. Also es war wirklich eine opulente Veranstaltung. Der berühmte ORF Weidling moderierte das immer und das war echt cool. Aber würdest du sagen, deine Karriere war da viel Glück bei, auch dass du zur rechten Zeit am rechten Ort warst? Oder ist das Können, ist das eine Mischung aus beiden? Ich glaube, das ist immer eine Mischung aus allem. Also Fleiß und Ehrgeiz und den Willen, etwas zu tun, den setze ich jetzt mal voraus. Aber ansonsten brauchst du auch wirklich immer ganz viel Glück und die Momente, dass dir gerade der da über den Weg läuft, also wie mit der Kindersendung. Also ja, ich war da und die hatten irgendwie so ein Gefühl, sie brauchen gerade einen Moderator. Hat gepasst. Und so gab es viele Situationen in meinem Leben, die eben auch so waren, wo man eine Chance erfassen muss. Und deswegen, also alles andere wirklich immer vorausgesetzt, dass du da fleißig bist und dass du dir Mühe gibst und sonst, glaube ich, hält es nicht lange. Also es hält immer einen Moment. Hast du Chancen verpasst jetzt im Nachhinein, wo du sagst, das hätte ich vielleicht auch anders machen können? Oder bist du eigentlich zufrieden mit dem, so wie du es gemacht hast? Ja, also ich bin sowieso nicht jemand, der über solche Dinge so lange sinniert. Ich hatte eine ziemlich, würde ich sagen, eine ganz schön pralle Karriere, so mit allem, was man so machen kann. Und mit so unendlich viel Chancen auch, also sich auszuprobieren. Wenn man sich überlegt, wo wir überall waren und welche Dinge wir so in unserem beruflichen Fortkommen, Radio ewig lange, wir haben ewig lange Radio gemacht, Radio Talkshows, Nachtsendungen, große Revühen. Wir haben den Friedrichstadtpalast fast eingeweiht, also in Berlin. Wir haben die Jugendrevue dort gespielt, wir haben Filme gedreht, als Vorfilme für diese Programme dort, mit Jürgen Kraner zusammen. Wir waren damals wirklich so ein Pärchen. Bon. Ja, Bon-Moderator. Und so. Das war einfach eine wunderbare Zeit mit unendlich vielen Möglichkeiten. Wir haben also alles moderiert, was nicht bei drei auf dem Baum war, sozusagen. Hast du noch Kontakt aus zum Beispiel? Ja, na klar. Er war vor zwei Tagen hier mit Quaster, mit meinem lieben Quaster von den Pudis, der mittlerweile jetzt fast 80 ist und immer auch ein zuverlässiger Gast der Festspiele und so. Und ich singe ja auch ab und zu mal ein Lied von diversen Bands, Pudis, Karriant, City, bla bla. Da müssen wir auch noch reden. Und eben auch alte, sind alte Freundschaften, die wir da miteinander haben und sie kommen eben auch immer. Also das waren wirklich viele Glücksmomente und eben auch viele Try and Error. Also wir haben eine Menge einfach machen können. Jetzt muss ich mal so eine kleine anschließende Frage, weil es mir gerade so durch den Kopf gelaufen ist, was du erzählt hast. Du hast ja dann einen ziemlich großen Teil deines Lebens mit Medien zu tun. Und Medien sind ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Sie können halt super nett sein und sie können aber auch wirklich nicht so nett sein, je nachdem, auf welchem Pfad der Karriere man sich gerade befindet. Wie ist denn dein Verhältnis zu Medien? Hast du dir früher einen Kopf gemacht oder hast du es einfach kommen lassen? Und hat sich das Verhältnis zu Medien auch verändert bei dir? Also überhaupt haben sich Medien ja grundsätzlich verändert. Es ist ja eine ungeheure Dichte. Ja, das ist gut. Also heute ist es ja ein ungeheuer Dicht. Also wir hatten ja relativ übersichtliche, als wir anfingen noch relativ übersichtliche Formate. Da gab es Radio, Fernsehen, Internet war lange noch nicht so ausgeprägt. Und das war auch gut. Also wir waren in beidem präsent und Print nicht zu vergessen. Und da musst du schon hier und da mal ein bisschen was aushalten. Aber auch das gehört alles dazu. Also ich bin jemand, der da überhaupt nicht im Nachhinein irgendwie rumjammert. Wenn du bist, kriegst du einfach auch mal Kloppe. Ganz einfach. Weil du stehst vorne. Ja, manche Sachen ja und manche Sachen auch nicht. Aber es ist nicht so, dass es mich nicht berührt. Also ich wäre jetzt gelogen. Weil es ist manchmal auch sehr beleidiend. Und jeder ist ein Mensch. Und es ist auch oft nicht richtig. Aber auch das gehört auch mit dazu. Du bist eine öffentliche, man ist eine öffentliche Person. Und damals waren wir uns überhaupt nicht darüber klar. Wir wollten unseren Job machen. Wir fanden es toll, Menschen zu unterhalten. Das finde ich nach wie vor toll. Das ist für mich mein Kern und mein Motor, dass ich sehr gerne mit Menschen bin. Dass ich Menschen gerne wirklich ganz simpel unterhalte. So gut wie es geht. So gut wie möglich. Ja klar. Sehr schön, ja. Und auch sie achte. Und also Publikum ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde nie jemanden vorbeirenden, der ein Autogramm will oder der ein Foto will. Du nimmst schon wieder so viele Fragen voraus. Weil wir haben ja auch ganz, ganz viele Fragen von Zuhörern und Zuhörern. Ich antworte jetzt ganz kurz. Nein, 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 bitte nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber wir haben zum Beispiel auch gefragt, wenn du nach dem Autogramm gefragt wirst, da sagst du nicht nein. Ja, natürlich nicht. Außer jemand tritt dir vorher gegen Schimein. Ja, ist noch nicht passiert, glücklicherweise. Also du meinst es ja vielleicht so im übertragenen Sinne. Wir, nee, natürlich nicht. Also Publikum, wir sind auch Serviceleute in gewisser Weise. Und das gehört auch mit dazu. Wenn jemand so ein Autogramm haben will, überleg mal, welch große Ehre es eigentlich ist. Ich habe viele Freunde, die sind Ärzte, die operieren irgendwie den ganzen Tag. Die fragen niemanden, ob... Nee, das stimmt, ja. Ach, sie haben mein Bein so schön. Kann man ein Autogramm haben? Und das ist doch wirklich ein großes Kompliment, auch wenn Leute mit dir ein Foto haben wollen. Und ich habe diese... Es sind so wirklich ganz liebevolle und intime, gerade hier bei Störtebecker, wo wir so sehr dicht an unseren Zuschauern, an unseren Menschen sind. Ich werde geknuddelt und beklopft und dann nochmal hin und her und nochmal und so. Und es ist einfach schön. Aber angeleckt wurdest du noch nicht, wie der Fall ist. Bis jetzt noch nicht. Ist schade, oder? Kann doch vorkommen. Ja, kann ja noch vorkommen. Aber sag mal... Sagen Sie mal, kann ich es dir mal anlegen. Ja, genau. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Aber sag mal, Autogramme weniger, dafür jetzt mehr Selfies? Mehr Selfies, ja. Die neue Währung ist einfach Selfie. Aber Autogramme auch noch. Oder Buchsignieren. Ich habe eine Biografie. So ungefragt auf den Handys wahrscheinlich, ne? Also alles möglich. Ich habe auf allen möglichen Körperteilen schon unterschrieben. Also Jungs, ich sage es euch ja. Oh, ach, okay. Aber auch Kleidungsstücken, auch. Ja, auch Schuhe. Guck an. Okay. Und ja, und ich finde, ich beobachte auch Menschen dabei, wie sie mich beobachten. Das ist irgendwie kurios, weil es ist so eine Mischung immer. Wir sind ja durchs Fernsehen, bist du ja den Menschen ungeheuer nah. Weil sie lassen dich in ihr Wohnzimmer eigentlich. Da hockst du da, zwei Meter entfernt oder so und erzählst irgendwas und du bist ja irgendwie lange und ständig da und deswegen klopfen dir Leute auf die Schulter, als würdest du aus ihrem Wohnzimmer, also ein ganz normaler Effekt. Davon darf man sich nicht erschrecken, wenn Leute... Ich habe mal, es gibt ja so verschiedene Arten, wie Menschen dich erkennen. Gibt es die andere Straße, dann gibt es so die Schleicher, die dir erstmal eine Weile hinterherlaufen und wenn du in den Laden gehst, gehen in den Laden und wenn du rausgehst, raus wieder so ein bisschen so die Verfolgernummer. Und um dann irgendwann endlich zu fragen, aber so und dann war mir einer, der stellte mich irgendwie so ein bisschen und kam mir wirklich relativ nah und so immer dichter, sodass ich dachte, oh Moment mal, hoffentlich beißt der mir nicht in die Masse oder was. Was hat er jetzt, was will er und ich war aber auch neugierig, wo das jetzt endet. Und dann war er so ganz kurz vor mir und sagte dann, vom Fernsehen. Und wie reagierst du dann? Sehr gut. Ja, und ja, ich habe so wirklich so liebevoll, gerade hier bei Störteberger ist das so schön, ansonsten bin ich ja oft im Studio, wir machen ja nicht mehr so allzu viele Live-Sendungen, aber Adalong jetzt die Karriere über, ich habe ja ganz viele Sendungen, wirklich sind in dem Moment entstanden und auch gesendet worden. Das gibt es ja fast gar nicht mehr. Kaum. Es wird weniger, ne? Bedauerst du das? Ja, finde ich schade. Fernsehen ist für mich Leben und warum nicht? Und was raus ist, ist raus. Würdest du nochmal so ein großes Ding machen, so eine Sonntagabend- oder Samstagabend-Show? Ja, das kommt auf die Ideen, aber ich glaube, weiß ich nicht genau. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Das kommt auf... Sehr gut, ja. Wie ihr drei nackt. So irgendwie. Es ist aber auch eine andere Zeit, darf man nicht verwechseln. Wir haben wirklich, also meine Zeit war eben die Samstagabend-Show und da eine Treppe runterlaufen und ein Fernsehballett ankündigen und Künstler ankündigen. Heute ist ein anderer Schnack einfach. Ja. Einfach anders. Und da sollte man auch nicht dran kleben. Also die Zeiten verändern sich und es ist gut. Ich habe immer noch ganz, ganz gute Formate, also ganz gute Fernsehformate. Und freue mich darüber. Ja, wir haben ja schon gesagt, Riverboot... Riverboot zum Beispiel ist ein tolles Format. Ja, sehr gerne. Ja, wir bräuchten jüngeren Nachwuchs unbedingt. Ja, guck mal hier. Da hocken sie. Ja, so viel jünger sind wir nicht. Und die Alten lassen keinen rein. Aber ich habe darüber nichts zu entscheiden. Aber ich habe mich gefreut, dass sie mich gefragt haben. Und ich habe öfter mal ausgeholfen, wenn mal sowas war. Also es ist für mich überhaupt Talkshow ist ein schönes Verband mit Menschen. Neugierig auf Menschen bin ich sowieso schon immer gewesen. Und diese vielen Jahre Business, das ist natürlich schön, wenn dann also Menschen kommen aus unserem Geschäft, die man kennt und von denen man weiß und aus denen man auch noch vier Jahre rausbuddeln kann, weil man sie einfach kennt. Und wir müssen mal, wir wollen unbedingt mal zu den Störtebeker-Festspielen, das ist ja normal, wir werden ja nicht jünger, zu den Störtebeker-Festspielen kommen. Seit 2000 bist du dabei. Das ist jetzt das 24. Jahr, wenn man das jetzt so normal weiterzählt. Ungeheuerlich, ja. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Weil das ist ja die Frage, die sich die meisten stellen. Jetzt ist er da und sie freuen sich. Du bist jedes Jahr da. Wie sind sie zu den Störtebeker-Festspielen gekommen? Mit dem Bus, sagt man ja. Genau, mit dem Bus oder mit dem Rad. Eigentlich relativ simpel. Peter Hick hat mich angerufen, nachts um halb eins. Selbstverständlich. Coole Zeit, oder? Das weißt du doch ganz genau. Ja, und hat gesagt, er möchte, dass ich hier irgendwie, er hatte auch noch keine so genaue Vorstellung, dass ich jetzt hier irgendwie mitmache. Kanntet ihr euch vorher schon? Ja, wir sind uns mal begegnet, aber wir kannten uns nicht näher. Ja, wer hatte irgendwie die Idee, also war seine Idee. So. Und dann war ich erst mal gar nicht so begeistert, weil ich keinerlei Vorstellung hatte, wie so eine Freilichtbühne funktioniert. Ja. Und ich dachte dann, ich habe auch eine ziemlich freche Zahl gesagt, ich dachte, dann hat es sich vielleicht gleich erledigt, aber da kennst du Peter schlecht. Und dann hat er seiner wunderbaren, ruhigen Art gesagt, komm doch einfach mal her und schaust dir an. Das habe ich gemacht und war davon begeistert einfach, weil diese Dimension, diese Theater an sich, alles Umfeld, Professionalität, dieser wunderbare Ausblick. Ich sage mal so aus Spaß, wir könnten Eintritt nehmen, ohne ein Stück zu spielen. Weil es ist einfach so wunderschön hier. Und all das zusammengenommen, was ich da an diesem ersten Samstag erlebt habe, das hat mich einfach umgehauen. Dann flog noch so ein Adler über unsere Köpfe rüber, dachte ich, huch, was ist denn jetzt los? Und so, also das war einfach toll. Und es stand von Anfang an gar nicht fest, dass du singst, sondern du hättest auch einen Schauspieler möglicherweise. Ja, also das war noch nicht so richtig klar. Also dann kam man irgendwie auf die Idee, so ein Bade wäre vielleicht nicht schlecht. Und das war so meine erste Rolle. Abelin der Fiedler, heißt der Kumpel, gab es in der Geschichte wohl auch irgendwie einen, der so hieß. Der hatte als Besitz eine Laute und einen Huhn. Warum nicht, ne? Ja, war schon, glaube ich, schon mal Mittelstand. Ja, genau. Das Michelsnot treibt mich durchs Land, ich gönn mir kein Verweilen. Mein Kopf sagt meinem lahmen Arsch, du musst dich sehr beeilen. Nur Klaus kann noch die Rettung sein für Gödeke, das arme Schwein. Drum such ich ihn Land auf Land ab, bis ich ihn gefunden hab. Und das war so meine Figur. Und ich war dann so wie so ein Faktotum, eigentlich auch ein bisschen wie ein Moderator, der ja immer so zwischen den Gewalten ist und vermittelnd ist, auf dem Marktplatz da unterwegs. Und hab die Piraten, die also mit fetter Beute dann irgendwie anlandeten, sofort ihnen erzählt, wo es lang geht. Und hier sind die Mädels und da gibt es was zu futtern und so irgendwie. Ja, und eine schöne Rolle, immer mit Balladen zu diesem Thema. Die Texte hat damals Peter Hick geschrieben, zu großen Teilen, Roland Oehme, unser erster Regisseur. Und der war interessanterweise gar nicht so begeistert, dass da jemand singt. Weil Roland Oehme, ein klassischer Filmregisseur und Theaterregisseur, mit Gesang im Theaterstück irgendwie, was ist das denn, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Und was wirklich interessant war, dass er dann beobachtet hat, wie es doch funktionierte, dass also Peters Näschen wieder mal die richtige Witterung hatte dafür. Und das hat sich dann so langsam zu so einem festen Bestandteil etabliert. Und wichtig war, glaube ich, oder denke ich, dass Rainer Oleak, ein alter Freund von mir, das war so mein Wunsch, dass ich gesagt habe, also wenn hier Musik passiert, dann habe ich da einen. Den würde ich euch gerne mal vorstellen. Der ist Filmmusiker und der kann hier diese Stimmung erfassen. Was wir hier machen, ist Cinemaskop. Die Bühne ist 100 Meter breit. Wir brauchen hier ein bisschen Wucht. Und diesen Gestus, den hat Ole, also so heißt er, Rainer Oleak, den hat Ole gefunden. Und bis heute ja noch. Und bis heute noch. Wir haben uns ja unsere Stilistik ein bisschen verändert. Wir machen jetzt nicht mehr so viel Selbstgemachtes, so wie früher, sondern wir machen Einweckleser auf mit tollen Hits, DDR-Hits. Und da gibt es nochmal ein neues Gewand, also ein neues Arrangement dazu, eben von Ole. Und plötzlich passieren Dinge, wo ich selber denke, wow, diese Lieder, die haben ja eine unheimliche Strahlkraft nach so vielen Jahren. Und ich bin immer sehr bemüht, oder wir sind bemüht, dass ich jetzt kein Karaoke-Sänger bin, also der einfach schlichtweg nachsingt, sondern wir versuchen schon eine eigene Farbe den Liedern zu geben. Und das kommt toi, toi, toi an. Das tut es tatsächlich. Das Publikum ist der wichtigste, die wichtigste Position. Ja, genau. Das kommt tatsächlich, das ist wirklich so, die Leute jubeln ja, wenn du auf die Bühne kommst. Das ist ja wirklich toll. Und die Lieder passen ja auch immer mit zum Kontext des Stücks. Also das ist ja auch immer gut ausgewählt. Bist du da selbst auch dran beteiligt? Naja, ich muss mal sagen, dass Anna, Anna Hick, also die Tochter des Hauses und mittlerweile Geschäftsführer, Chefin und so, diese Idee hatte und auch diese Lieder zu großen Teilen raussucht und wir dann so ein bisschen abstimmen. Aber eigentlich, der Kern ist sie und das finde ich besonders schön, weil ich kenne die Lieder natürlich alle, aber dass einem doch deutlich jüngeren Menschen wie Anna diese Lieder gefallen und ihr etwas sagen und sie meint, dass das dramaturgisch zu uns passt, ist ja irgendwie verrückt. Und du stellst eben fest, dass diese Texte, die damals da entstanden sind, in der kleinen DDR-Glocke so ein bisschen, immer mit der großen Sehnsucht nach der weiten Welt oder nach der Freiheit oder nach allem Möglichen, dass dieses Gefühl und diese Texter und diese Leute so eine lange Lebensdauer haben. Also heute ist gut gealtert, also definitiv. Wirklich. So ein Gläser einer Traum oder so, wenn ich das will. Wahnsinn, das wollte ich gar nicht singen, weil ich so, da kommt Gläser einer Traum, die Toni, ach das ist so ein Kultding und jetzt kommt Lippi da und oh nee, lass mal. Und da war ich wirklich fast wütend im Studio, ist auch interessant, wie diese Lieder auch immer entstehen. Wir haben früher auch immer gestritten, ja, aber im allerbesten Sinne des Wortes, weil wir haben uns das erarbeitet, auch erkämpft, hört sich immer so schwierig an, aber nee, so will ich es nicht, nee, mach mal so, nein, auch nicht. Und dann sitzen wir da und fummeln und dann habe ich fast wütend diesen Glas, haben wir gesagt, nee, verrückt sein, ich musste, viel verrückter, ich musste ein bisschen irgendwie, wir müssen so irgendwie, ja. Und dann ist also diese Version entstanden, die wir da hatten, so ein bisschen Rammstein-mäßig so fast und bis in City und so von allem etwas und die Leute haben gesagt, cool, toll geworden. Gibt es auch Feedback von den Künstlern, also den wir jemals gesungen haben? Ja, natürlich. Also, als ich das erste Mal, zum ersten Mal Albatros gesungen habe, Albatros ist ja so eine feste Größe, nach der Pause wissen alle und die Menschen lieben Tradition. Also, ja, in unserer heute doch sehr zerklüfteten und zerfaserten Welt ist das immer schön, wenn du so ein paar traditionelle Dinge hast, also Albatros. So, dann war, als ich den das erste Mal gesungen habe, war natürlich die ganze Karat-Fraktion da. Okay. Bei uns sitzen ja wirklich Tausende von Zuschauern und da hast du natürlich auch ein bisschen aufgeregt, hast eine Spannung, dass alles passt und dass du dich nicht versinkst oder was weiß ich alles. Aber als denn da diese Jungs hocken, ja, deren Hit du da singst, ist noch mal ein anderes obendrauf, noch mal ein Gefühl. Oder Menschen, die dir also sehr nahe sind, wenn deine Frau da sitzt oder Freunde, enge Freunde, immer irgendwie komisch, weil du fühlst dich durchschauter, als wenn du da dein Show-Lächeln und deine Bühnen-Sachen da abziehst. Aber das geht dir heute immer noch so, ja? Ja, ja. Also, du bist doch mit allem Wasser gewaschen, oder? Kann man so sagen. Aber dennoch ist das immer noch was Besonderes, ja, wenn jemand da ist, der dich dann anders Ja, berührt mich immer noch. Ah, ja. Auch mich berührt, also Publikum an sich, also ich habe jeden Abend, möchte man also wieder erobern die Leute, das ist ja der Antrieb letztendlich. Aber, so, jetzt saßen die da alle, also ich singe den Song und wir haben es ja auch ein bisschen bearbeitet, ein bisschen gekürzt, weil es ja ein Epos über sechseinhalb Minuten und, äh, und als ich fertig bin, springt Claudius auf von seinem Sitzplatz und ruft, bravo, so, ja, und da dachte ich, okay, gut gelaufen, ja, toll, ja. Ja, und dann haben wir diesen Song mal rausnehmen wollen, aus dem offenen Programm und haben gesagt, komm, jetzt nehmen wir mal ein anderes Lied oder so und da haben sich die Menschen beschwert, hat mich Ruth angerufen, hat gesagt, Wolfgang, du müsstest bitte mal ins Büro kommen, denke, was ist denn jetzt los? Ja, das hörte sich so, irgendwie, was ist denn jetzt, was passiert? Da sagt sie, du, wir müssen den Albatross wieder einnehmen. Ach, so sage ich ja, warum denn nicht? Du, die Leute haben sich richtig beschwert bei uns, die haben uns geschrieben E-Mails und Briefe und Karten, der soll, der Kerl soll den Albatross wieder singen. Aber dann nicht während der laufenden Saison? Oder habt ihr den tatsächlich? Doch, doch, ja, natürlich. Tatsächlich während der laufenden Saison wieder rein. Ja, wo ist der, haben die Leute gefragt. Ja, okay. Und das ist natürlich auch schön, also unsere, wir haben ein Publikum, natürlich eine Menge, wir sagen immer Wiederholungstäter, also Menschen, die also bekommen, wir haben auch sehr viele neue Leute, die dort dazukommen. Und das ist ein schöner Umsatz, so eigentlich, so finde ich. Aber, ja, mit diesem Lied ist verrückt. Hast du ein Lied, was dich besonders berührt? Und dann muss jetzt nichts aus dem aktuellen Jahr, kann auch aus den letzten Jahren sein? Ja, da gab es in der Geschichte einige, also Freie Wäden Adler zum Beispiel, finde ich, ist ein unheimlich schönes Lied. Und es gab aber auch so ein paar andere Lieder, die, auch Texte von Peter übrigens, die sehr emotional und sehr gut waren, die Ole auch wirklich super umgesetzt hat, wo ich selber manchmal mit meinen eigenen Emotionen zu tun hatte. Also, ja, wirklich, weil es ist ja so unser Gesamtkunstwerk, also alles ist ja auch dieses Großartige, dass wir ja Theater trotzdem bei allem Happening auch Theater spielen. Und dass dieses, so mit der Pyrotechnik und den Effekten und den Tieren, was ja so großartig ist, dass wir also diese wunderschönen Pferde bei uns haben, dass es so Kollegen sozusagen von uns sind, die nie ihre Einsätze verpassen, interessanterweise. Wir quatschen schon mal, ich bin ja gleich dran. Die wissen immer ganz genau, wann sie dran sind und ich habe auch ein Lied in diesem Jahr, als ich fortging, da führe ich also das Pferd von Störtebecker raus zu seiner Geliebten. Und das ist auch eine sehr emotionale Szene und natürlich auch ein sehr schönes Lied, auch mit einer Bearbeitung von uns, wo die Leute sagen, ja, schön, es ist anders, aber schön. Man erkennt es wieder, ne? Man erkennt es wieder, ja. Dirk Michaelis eigentlich oder Karussell, wie auch immer. Jetzt muss ich mal fragen, Kai Müller hat nämlich tatsächlich auch die Frage gestellt, hast du schon mal einen Einsatz auf der Bühne verpasst? Ja, klar. Hier auch bei Störtebecker? Ja, klar. Das kam jetzt auch so. Ja, du, ich habe schon mal und habe dann oben zum Ton gesagt, wir fangen nochmal an, ja? Ja, okay. Damals war Wolfgang Grumler noch unser Tonmeister, der hat gesagt, okay, Lippi, machen wir. Super, ja. Und dann hat er irgendwie danach zu mir gesagt, du, das wäre keinem aufgefallen. Ich sage, ja, aber es war mir peinlich, dass ich da irgendeinen falschen Text gesungen habe. Und dann ist mir mal passiert, also ich bin ja jemand, also das wissen alle auch ein bisschen, es gab mal eine Zeit lang, wurde ich auch extra nochmal aufgerufen, dass ich das wirklich nicht verpasse. Ich verzettel mich gerne, aber nicht, weil ich mich irgendwie wichtig tun will, sondern ich kann an Leuten nicht vorbeigehen. Die sagen, kann man noch ein Foto, Lippi, komm, ich sage, du, ich bin gleich dran, na los, noch ein Foto. Dann kommen irgendwie Kinder und sagen, Lippi, noch ein Foto. So, zack, 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 zack und das dauert es einmal ein bisschen, bis ich dann irgendwie endlich drüben bin und dann quatscht dich der und jener noch an und so weiter. Und es war mal eine Geschichte, da hatte ein Schauspielkollege, der hatte Liebeskummer und fängt an, mir seine Geschichte zu erzählen in einer Pause, die ich habe und er auch hat. Und ich fange, nehme meine In-Ears raus, ziehe meinen Mantel aus und höre ihm andächtig zu. Und das war wirklich eine ganz traurige Geschichte, das hat mir richtig leid, dachte ich, Mann, so eine arme Sau. Aber okay. Und plötzlich höre ich den Anfang meines Liedes, setze aber noch in so einem Container irgendwo und dachte los, wichtig ist, dass du erstmal da bist. Und dann renne raus, stopf mir beim Rennen meine In-Ears in die Ohren, sodass ich ungefähr, dass ich meinen Einsatz kriege, weil so mit dem musikalischen Einsatz ist ein bisschen wie ein Kettenkarussell. Da ist ein Platz frei, das ist dein Einsatz. Wenn du den verpasst, musst du warten, bis das ganze Karussell wieder einmal rum ist. So, das ist natürlich blöd. Renne raus und wir hatten damals den Mittelpodest, haben wir jetzt wieder, der so hochfährt, so aus Holz und Bremse im letzten Moment, so schubber noch so ein bisschen wie Speedy Gonzales da über diese Fläche rüber, kriege den Einsatz, das war ein schwieriger Einsatz, obwohl ich eine völlig dusselige Zählzeit, irgendwie ohne musikalischer Fallsteller manchmal, so zack, kriege den, die Leute applaudieren, weil sie denken, ey, das hat ja sensationell, wie der jetzt macht den. Und dann merke ich, nach so drei, vier Zeilen, hab meine Brille noch auf. Ach, die Brille. Ah, ja. Im Mittelalter. Ja, ja, ja. Und das war, ja, aber... Hat auch keiner mitbekommen? Doch, 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 haben die Leute gelacht, ja klar. Und wie wird das hinterher dann aufgenommen, wird dann drüber gelacht oder gibt es dann auch mal so eine Schelte oder wie wird das dann, oder muss man dann zehn Euro in die Trinkgeldkasse oder Kassenbier? Nee, ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal machen musste. Nee, okay. Aber es ist tatsächlich auch eine Frage, du nimmst die Brille nur ab, also bist du im Blindflug auf der Bühne? Nee, 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 ich kann trotzdem sehen. Hast du Kontaktlinsen drin? Ich hatte auch eine Zeit lang Kontaktlinsen, habe ich noch eine Zeit lang weggelassen und so. Also kommst, sie kommst da mal so, mal so. Ich kann, sehe. Also es ist nicht nur eine graue Masse, die mit den Händen winkt. Ich könnte jetzt nicht die Ausweisnummern erkennen, der Gäste, aber ansonsten gar nicht. Das ist auch nicht ganz so, wenn ich, genau. Aber auch noch eine Frage von Susi, wann gibt es da mal eine CD oder eine LP? Wir hatten sowas, wir hatten sowas ganz lange und das war letztendlich dann so, dass die Rechte an diesem Produkt, an dem Gesamtprodukt einfach so teuer wurden, dass Peter auch und Ruth und Anna und so weiter gesagt haben, nee, wir setzen dann letztendlich doch nicht so viel davon um. Und die Zeiten haben sich ja auch gedreht. Man hat ja kaum noch so haptisch irgendwie Tonträger, sondern man, heute ist so Internet und guckst ja immer bei Spotify oder bei YouTube oder so. Deswegen können die Leute, die sowas gerne haben wollen, die können es auch haben. Und ansonsten bin ich auch immer der Meinung, einfach herkommen und erleben. Aber ich fühle mich sehr geehrt, wenn die Leute sagen, oh, würde ich gerne nochmal hören. Und es ist auch oft so, erzählen mir so Freunde, wenn sie sagen, Lippi, finde ich eigentlich prima, aber wenn so unsere Kinder so 200 Mal am Tag dann irgendwie ein Lied von dir hier spielen, ist es schon dann eigentlich schwierig. Das ist problematisch, aber da gibt es auch noch andere. Kinder sind ja, wenn die irgendwas toll finden, ganz wichtig auch. Für uns als Zuschauer wahnsinnig wichtig, dass wir wirklich ein Generationending sind. Und da staune ich immer wieder darüber. Und durch alle Schichten der Gesellschaft so durch, das finde ich großartig. Und wir sind ja nicht subventioniert. Also wir müssen unser Geld irgendwie selber einspielen. Und uns hilft sicherlich die kluge Entscheidung damals zu sagen, wir bleiben bei dieser großen Platzzahl. Aber du, das ist schon immer eine spannende Angelegenheit. Selbstverständlich, ja. Natürlich. Und die bleibt so. Also wir müssen uns alle ordentlich Mühe geben, dass unsere Zuschauer sagen, top, da gehe ich wieder hin. Ja, aber nochmal auf die Musik zurückkommen. Es ist aber ja wirklich schade, dass im Grunde genommen, wenn jetzt das letzte Mal der Kopf gerollt ist in diesem Jahr, dann ist das Stück ja weg. Das wird es ja nie wieder geben. Also das ist ja, es wird nirgendwo groß festgehalten. Naja, es gibt so einen internen Mitschnitt, dieser sympathische Kameramann, der uns heute filmt, der ganz bescheiden hinter seinem Gerät steht. Der liebe Andreas, der ist dafür zuständig, so etwas zu machen. Und es wird auch immer sehr, sehr liebevoll gemacht. Das könnte man sogar veröffentlichen oder man könnte es irgendwie im Fernsehen zeigen. Und ich denke, dass, wenn mal so ein paar Szenen gewünscht sind, würde das Theater auch so etwas zur Verfügung stellen. Aber grundsätzlich gibt es dafür keinen Träger. Aber du bedauerst das auch nicht, wenn das dann vorbei ist. Und dass das dann faktisch verheilt. Dass du nächstes Jahr gibst wieder neu, sicherlich. Aber es ist ja nicht das, was jetzt dieses Jahr passiert. Ja, nee, ich bin auch dann da, denke ich, dann hat der neue Moment wieder die Chance. Also das ist ja alles so, letztendlich so. Wir spielen 68 Mal, das ist doch schon nachhaltig genug, finde ich. Ja, das ist so eine Menge. Mit allem drum und dran. Und wie gesagt, jeden Abend eigentlich ist dieses Zusammenspiel immer wieder bewundernswert, wie wirklich alles so verzahnt ist und verrückt ist, wenn irgendein Wort falsch ist. Jemand verspricht sich, was vorkommt. Oder jemand steht an in der falschen Stelle. Dann horcht sozusagen das gesamte Ensemble auf. Es ist so, als wenn in einem Opernhaus, wenn jemand ein Messer fallen lässt. So, was ist jetzt los? Ja, was ist jetzt passiert? Obwohl es doch ganz viel los ist. Oder wenn jemand andersrum, ich war neulich nur mal unten in den Hafen gucken, weil ich mein Boot da gerne platzieren wollte. und so, Leppi, wo willst du hin? Ist irgendwas passiert? Weil ich einfach nur anders lang gelaufen bin. Ja, ja, ja. Also das ist grob, wenn du das von oben sehen würdest. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk, ja. Mit einer Präzision, ja. Unsere Abendspielleiterin, die Mädels passen auch ordentlich auf uns auf. Ja. Und so, das alles läuft. Ja, sehr schön. Ist die große Bühne eigentlich für dich ein Problem? Also die Schauspieler sagen, die haben auch viel zu rennen und so weiter. Ist das für dich auch ein Thema? Also ich kämpfe ja nicht, glücklicherweise. Sänger kämpfen ja höchst selten. Wenn er mir das Huhn vorgeschickt hat. Aber ich muss, ja, los, mach mal, beiß den. Aber ich muss natürlich genauso wie alle anderen durch den Sand stapfen da und wir legen da schon einige Meter in dem relativ tiefen Sand zurück und auch nicht ungefährlich. Merkt man dann, wenn man jetzt als Urlauber mal eine Weile am Strand unterwegs war, dann merkt man plötzlich, oh, das ist ja doch ganz schön schwierig. Und das machen wir natürlich jeden Tag mehr oder weniger mit mehr oder weniger Kilometerleistung. Aber ich renne dann immer auch ordentlich so jung, dynamisch, erfolglos, immer weg von der Bühne. Und das merkst du schon ein bisschen. Sind also nicht die Bretter, die die Welt bedeuten, wo alles glatt ist, sondern wir haben schon ordentliche... Die Furchen. Die Furchen von den Pferden auch mit ihren Hufen und so. Aber hältst du dich noch fit? Ja, ja, klar. Was machst du? Also ich mache alles Mögliche. Ich bin ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Auf dieser gefährlichen Insel. Habe eine Menge Fahrradwege. Schade, man hat, glaube ich, über die vielen, vielen Jahre versäumt, daraus wirklich eine echt fahrradtaugliche Insel zu machen. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber es kann ja noch kommen vielleicht. Und da drücken wir mal ordentlich die Daumen. Und ich mache ein bisschen Kraft zu Hause. Wirklich einfache Sachen mit mir selber, irgendwie mit Bauchübungen etc. Und gehe auch regelmäßig zur Physiotherapie. Pass einfach auf mich auf. Also was Essen anbetrifft und so. Die Insel ist, das ist ja, du bist jetzt ja lange auf der Insel. Bist du auch das ganze Jahr auf der Insel? Nee, wir sind denn, also meine andere Arbeit, ja, die ist ja doch recht viel Fernsehen immer noch. Ja, also die sind so charmant und warten denn immer, bis wir hier fertig sind. Also diese drei Monate ist ja meistens verbunden mit einer Sommerpause von irgendeiner Sendung oder Serie. Und oft ist es so, dass wir haben dann Jero und am nächsten Tag bin ich schon in Leipzig und stehe wieder im Studio oder so. Manchmal ist das wirklich so knapp. Aber mir gefällt das ganz gut. Ich finde es immer noch sehr gut, dass alles so funktioniert und dass ich dann noch diese Jobs da habe. Weil du gerade so ein bisschen, dass die Ernährung, ich habe eine Frage, musste ich ein bisschen lachen von Niklas. Levi trinkt so gerne Tee. Welche ist denn deine Lieblingssorte? Ach, alles mögliche. Jetzt habe ich gerade spanische Orange oder sowas. Also ich nehme so und dekliniere immer alles so durch und meine Frau hat mich neulich mit so einem Tee überrascht. Also ja, so gerne über das für die Stimme gut und so über den Abend und ein bisschen Flüssigkeit und so. Dann gibt es ja die Droge, die wir alle irgendwie haben, Jelo Revoice oder Gelo Revoice. Diese wunderbare kann ich euch nur empfehlen, falls ihr mal heißer seid. Du hast doch die Fragen schon gelesen hier, sei ehrlich. Ach so. Aber am besten ist natürlich schön stützen und so. Dann wirst du eigentlich mit einer Ausbildung und das ist eben der Vorteil bei uns allen ja letztendlich, dass wir eine Ausbildung haben und sowas eben richtig machen. Sonst würdest du so eine lange Zeit nicht durchstehen. Wir sind ja nicht doppelt besetzt. Was sagt denn deine Frau dazu, wenn du dann gleich wieder unterwegs und nächster Termin und da wieder hin und dort hin? Ja, die kennt das einfach. Und sie würde sich wünschen, dass ich ein bisschen mehr zu Hause bin und jetzt arbeite ich mal, arbeiten wir jetzt mal da so ran, so in der näheren Zukunft, dass ich mir mal ein paar Sachen so freiräume und jetzt so ein bisschen mal ein bisschen Filter, weil ich bin auch jemand, der so schlecht Nein sagen kann. Und ja. Aber fährst du auch in Urlaub? Du hast auch Urlaub, ja? Ja, klar. Wann wir auch meistens so im Januar oder Februar, wenn auch Fernsehen ist, dann auch wieder ein bisschen Pause. Du musst gerade lachen, weil ich gedacht habe, du sagst ja, meine Frau fährt. Ja, ich bleibe zu Hause. Nein, wir fahren auch ein bisschen weiter weg, dann eben so Afrika, aber wir versuchen auch mal zwischendurch ein paar Tage frei zu machen. Ich muss mich da aber wirklich disziplinieren, weil ich habe wirklich über die vielen Jahre, denke ich auch, wenn ich mal so zurückschaue, wirklich ausführungsvoll viel gearbeitet. Man sieht es ja an deinem Schaffenswerk. Das ist schon eine ganz schöne Menge, ja, fleißiges Lieschen irgendwie. Absolut, ja. Die liebe Anna hat gefragt, ob du auch Lieder hast, die du nicht gerne singst, aber das Publikum liebt. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen in das Nähkästchen, weil offiziell liebst du natürlich alle Lieder, das ist ja selbstverständlich. Ja, nee, es ist wirklich nicht so, weil wir die, also bevor wir uns damit ans Publikum wagen, sind all diese Dinge schon geschehen, also wenn man da doch irgendwie Einwände hat oder sowas, weil wir basteln da so lange rum, bis es auch mir wirklich gefällt, bis ich damit leben kann, weil ich glaube, dass man letztendlich durchschauen Menschen sowas auch und da irgendeine Faser von dir immer Nein ruft oder so. Und auch so nach 68 Mal auch nicht, so wenn du jetzt so das 68. Mal bei der Diniere, ich meine gut, das 68 ist vielleicht noch nicht das Mal, aber das 67 ist ja, ist aber auch nicht viel weniger, wenn man jetzt mal... Das ist Wahnsinn, wie wir heute so... Ach, es sind ja nur 67, ja, dann geht's ja. Aber weißt du, wie ich meine, also so vielleicht die vorletzte Vorstellung oder so, dass du sagst, Oh, jetzt nochmal der Gläser... Du, wir haben jetzt noch 14 Tage knapp und ich kann auch bei den Kollegen kaum Ermüdungserscheinungen, wir haben ja einige neue Kollegen, die sich natürlich, die immer wieder, wow und so, ja. Aber man darf eben überhaupt im Leben nicht verlernen zu staunen und auch nicht verlernen, demütig sich darüber zu freuen, welch großes Geschenk eigentlich all diese Dinge auf der anderen Seite sind für uns. ist, also jeder Künstler sehnt sich nach Publikum, nach Anerkennung, nach, dass ihm Dinge glücken irgendwie oder so was. Das ist ja alles so ideal und wir arbeiten wirklich unter idealen Bedingungen. Also wenn wir, guck mal, ich komme hier irgendwie um kurz nach sieben an, also 19 Uhr und dann gibt es Ton in ihr, es wird gecheckt alles und dann Maske und dann geht es los. Also das ist jetzt nicht so, dass da jemand, wo ist hier eine Steckdose, gibt es hier einen Tontechniker, also wie bei Veranstaltungen öfter mal so ist. Ja, absolut, ja. Sondern das ist einfach gut und die Abende, und das ist wirklich auch interessant, haben doch verschiedene Stilistiken. Selbst wenn ein gleiches Stück gespielt wird, haben die Abende einen anderen, manchmal anderen Verlauf. Das sind so Kleinigkeiten und dafür bekommst du Nerv, wenn du das wiederholst. Wie die Windrichtung ist, anlande der Wind, wenn die Leute ein bisschen kühler sind oder wenn so ein paar, so ein paar Animateure zwischen sind, die so gleich von Anfang an so anschieben oder 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 oder. Also ganz verschiedene Dinge und dieses Miteinander ist auch schön, also dass wir ein guter Cast sind. Wie lange geht der Abend für dich dann nach der Vorstellung noch? Naja, es kommt drauf an, wenn ich durch die Fotografenstrecke da irgendwie durchkomme. Manchmal, wenn ich dann, also ich bleibe ja dann irgendwann stehen und dann ist es meistens geschehen. Es dauert dann doch eine halbe Stunde am Auto nochmal oder wenn ich ankomme am Auto, da stehen auch schon einige, die dann warten und sagen, Lippi, schön, dass du da bist und klopfen mir auf die Schulter und sagen, bleib schön gesund und bleib uns erhalten und so. Und diese, wißt du, das ist eine, ich habe neulich mal zu so einem Zeitungsjournalisten gesagt, ich bin lieber beliebt als berühmt und es gefällt mir, es ist mir angenehm. Ich genieße auch, dass es eine menschliche Anerkennung hat, dass es nicht nur eine Bühnenfigur, eine Fernsehfigur ist, sondern dass jemand sagt, ich mag den. Sympathisch. Ich mag den, so wie er ist. Ja, ja. Ich glaube, dass ich mich so im Fernsehen eigentlich nicht so sonderlich verändere, also so sonderlich anders rüberkomme. Ich glaube, das macht das auch aus. Du bist also die Person, die du jetzt im Privaten bist, bist du auch auf der Bühne und bist du auch in deinen Talkshows. Ja, okay. Ich meine, es gibt ja so Rollenleute, also, ja, weiß ich, die Atze Schröder oder so, der sagt immer zu mir, du, die Leute erkennen mich auf der Straße nicht. Das ist total verrückt. Ja, hat ja auch Vorteile. Ja, also dann ist es eben eine Rolle, so in Ordnung. Aber bei mir ist es so, ist es so meine, meine Person, ja. Ich muss noch mal ganz kurz zum Stück zurückkommen und wir haben die Frage, glaube ich, sogar fast allen Schauspielern gestellt und deswegen musst du leider jetzt auch herhalten. Und zwar ist das, wir sind ja am Ende von einem Zyklus, das heißt, der Kopf rollt. Ist das Gerechtigkeit, was mit dem Klaus Störtebeker dieses Jahr passiert? Weißt du, das ist total interessant, dass die Menschen, glaube ich, so unterschwellig überhaupt in unserem Stück so ein Gefühl haben, dass sich, wir spielten ja 1319 oder 1401 jetzt gerade, also 1401, dass die Menschheit offensichtlich nicht so allzu viel dazugelernt hat. Diese interessante Parabel, glaube ich, stellen ganz viele Zuschauer allabendlich bei uns fest. Und somit würde ich sagen, also wirklich wie eine Blaupause eigentlich, ja, auch auf unsere Gesellschaft. Und oft sagen die Leute, ihr seid aber politisch, weil man einen anderen Blick hat plötzlich, weil die Menschen sind nicht so zufrieden mit allem, die Leute haben viel Angst, es ist in der Welt, während ich nenne es immer die Möbel gerückt, ja, und zwar gewaltig. und das lässt natürlich Spuren bei Menschen und Unbehagen und deswegen finde ich, sind solche Punkte wie die Dinge, die wir da machen, auch ganz wichtig, dass Leute mal locker lassen und mal irgendwie sich begeistern lassen und mal vergessen für den Moment und aus dem Alltag mal raus treten, aber eben mit dieser Erkenntnis, Moment mal, also irgendwie scheint es ganz schön ähnlich. Das hast du jetzt schön gesagt, der heutigen will. Ist es Gerechtigkeit oder nicht? Ja, wohl schon, weil er, also es ist ja ein Liggedehler, ein Beutegleichteiler und wenn man aber die Geschichtsbücher ein bisschen genauer liest, da gibt es ja Herrn Puhle und ein paar andere Leute, also die wir ja immer wieder interpretieren, neben der Fiktion, die es da gibt, hat er doch ganz schön viel Leid und Unsinn angerichtet, aber er ist eben durch so eine Symbolfigur geworden, aber mehr durch die Legende als eigentlich durch die bloße Tatsache, denn so ganz gleichgeteilt hat er nicht, natürlich nicht und er hat eben auch interessante, diese politischen Strukturen, also die Piraten waren ja so eine GSG 9 Abteilung, die sind ja mal von den Königshäusern engagiert worden, mal von der, von die Kirche, die Hanse, also die hatten ja alle irgendwie da miteinander zu tun und jeder hat sie irgendwie für sich auch benutzt teilweise und es waren ja auch nicht alles Haudraufs da, da sind ja auch durchaus intelligente Leute dazwischen gewesen, Magister Wiegboll zum Beispiel oder solche Figuren, die von Stand waren, die einfach ein langweiliges Leben da auf dem Land hatten, haben sich in der Mannschaft gestartet und sind los, also ganz vielschichtig und eine ganz interessante Struktur auch. Sehr schöne Antwort und du würdest dich wundern, wie unterschiedlich die Antworten auch unter den Schauspielern ausgefallen sind. Was haben die Kollegen so mehrheitlich gesagt? Das gibt tatsächlich keine mehrheitliche Oder seid ihr ärztliche Schweigepflicht? Auch das sowieso. Ne, da gab es tatsächlich, also es war höchst unterschiedlich. Also es gab Kollegen, die ähnlich wie du geantwortet haben, dass ja, das ist letztendlich Gerechtigkeit. Es gab aber auch Kollegen, die haben gesagt, ah, nein, so mit dem werdenden Vater und so. Auch Todesstrafe an sich. Todesstrafe an sich, das ist immer der Punkt. Ja, das ist ja auch richtig, aber man muss es immer in diese Zeit projizieren. Also etwas mit heutigen Augen zu betrachten, das wäre jetzt unfair oder unfair, das wäre einfach unrichtig, würde ich sagen, weil es war eben einfach wirklich eine andere Zeit, in der es da stattfand, deutlich rüder, deutlich rauer, deutlich fixer dabei. Also jemand, da wurde der Finger abgehakt, wenn der alles spielte. Und wir bauen es natürlich, also dramaturgisch ist es natürlich so gebaut, dass man natürlich, dass man es als furchtbar empfindet. Dass der Wind vom Meer kommt und diese letzten Worte da und so, klar, es ist dramaturgisch, aber furchtbar. Es ist halt ein Bühnenstück, das darf man ja nicht vergessen. So sieht es aus. Es soll ja nicht die Wirklichkeit abbilden in eins zu eins, sondern es ist einfach eine gute Unterhaltung, es soll Emotionen erzeugen. Genau, richtig. Könnte es denn sein, dass wir dich auch mal als Schauspieler noch mal sehen auf der Bühne? Ach, naja. Ich habe ja ein bisschen Ausbildung, bin also kein richtiger Schauspieler in dem Sinne, habe aber diverse Theaterstücke schon mitgespielt, mit dem berühmten Herbert Köfer damals, der unbedingt wollte, dass ich Schauspieler werde. Und das hat schon Spaß gemacht. Und ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben mit meiner Rolle als Sänger, weil ich auch nicht die komplette Probezeit da sein muss. weil die Probezeit der Kollegen, wenn die also ihre Texte proben, ihre Szenen und so, da sind wir dann im Studio und ich kann nebenbei immer noch meinen Fernseh, meine Fernseharbeit machen und diese Taktung da, die ist schon ideal für mich. Und ich denke auch, dass es so gut ist, es wäre, glaube ich, würde die Leute auch überraschen, wenn ich jetzt plötzlich da irgendwo irgendwas anderes da mache, weil es ist einfach never change a running system. Aber es klingt ja schon so ein bisschen mit, du bist nächstes Jahr wieder dabei. Ja, also das wird ja letztendlich, entscheide ich ja sowas selber alles gar nicht so richtig. Aber Peter hat mal vor vielen Jahren einen Satz zu mir gesagt, den fand ich toll. Du kannst hier bei uns so lange singen, wie du singen kannst. Und ich meine, es gibt ja kaum Arbeitgeber in unserer heutigen, schwierigen Branche, die ja wirklich eben auch sehr überlaufen ist. Und es gibt einfach nicht so viel Arbeit für die vielen Kollegen und auch für die Guten. Und das ist schon nicht so einfach und das ist schon ein toller Satz irgendwie. Und wir werden sehen. Ich denke, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, weil das war natürlich auch eine Frage. Er hat immer gesagt, schauen wir mal. Ich dachte, da war doch gar nicht so schlecht, die Äußerung. Ja, genau, richtig. Ich denke mal, wir haben 55 Minuten, wir wollten normalerweise gar nicht. Und wir müssen ja auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Du musst ja nachher auch noch einmal. Du hast ja noch ein bisschen was zu tun. Nö, ich habe noch, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wollen wir noch eine machen? Noch ein Podcast? Aber du in einer anderen Rolle. Wäre das auch ein Format für dich? Selber mal einen Podcast machen? Ja, ich finde nur, also ich habe noch nicht so die zündende Idee. Ja, okay. Ich denke, man müsste irgendeine Idee finden, dass es nicht ausschließlich in einer Interviewsituation ist, sondern dass es noch ein bisschen mehr ist. Es gibt so unendlich viele, die im Wesentlichen von den Hosts leben. Also die Bekannten, die man alle so irgendwie so kennt von bis. Ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt, weil es kostet auch wirklich Zeit, also sowas wirklich ernsthaft zu betreiben und Mühe, sowas auch anzuschieben. Nee, ist eigentlich jetzt nicht im Plan. Du hast ja genug andere Sachen. Ich würde sagen, ja. Du hast ja immer noch, ne? Ja, es ist wirklich, also eigentlich nicht so schlecht. Also damals war es geht weiter, ne? Damals war es geht weiter und obwohl wir 40 Millionen in diesem Jahr einsparen müssen beim MDR, dürfen wir weitermachen und diese Legenden-Sendung, die ich da auch noch mache, also die ist nicht ganz, hat nicht so eine hohe Schlagzahl. Riverboot bleibt. Also eine wirklich schöne Bilanz. Du hast noch viel zu tun. Einfach zufrieden. Ja, sehr schön. Und der neue Zyklus steht ja auch vor der Tür von Störte. Ja, wieder über fünf Jahre. Das ist auch eine gute Idee, es so zu machen, mit so einem Cliffhanger immer irgendwie, es auch dann wirklich enden zu lassen. Und es hat sich aber seit 1992 noch nicht, also kein Stück wirklich wiederholt. Also es gibt so Dinge, wo man sagt, ja, hatten wir schon mal so ungefähr. Und das ist also immer wieder die Herausforderung. Ich bin sehr dankbar übrigens auch in diesem Jahr unserem Regie- und Dramaturgie-Pärchen, also Luis und Cordula, dass sie mich so, also überhaupt dieses Stück so schön inszeniert haben, aber auch mich so schön inszeniert haben, also so hinein inszeniert. Und damit steht man nicht so wie ein Monolith, also alleine in der Ecke rum, sondern ich habe also einmal Bilder und transportiere da irgendwas und das gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr, sehr schön. Genau. Ja Mensch, ich würde sagen, das war nochmal eine nette Faststunde jetzt. Ja. Oder? War gar nicht so schlecht, würde der Berliner sagen. Ja, aber so schnell vorbei. Genau. Ja. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich danke euch. Alles Gute für die Zukunft. Ja. Dass alle Projekte weitergehen. Euch auch. Gesundheit ist immer wichtig. Gesundheit. Ja, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Meine Mutter ist 100 geworden, also 101 genau gesagt. Also fast 101. Ja. Ja, das ist ganz gut. Du hast noch 50. Wir haben ihren 100. Geburtstag gefeiert noch. Ja. Da hat sich sogar Frank Schöbel angeboten, da zu singen, weil er kennt meine Mutter. Ja. Kannte, muss man sagen. Und ja, und da war ordentlich Halligalli. Wir beide sind da aufgeschlagen, das fand sie toll. Schön. Sehr schön, ja. Also wie gesagt, vielen Dank. Ja, gerne. Alles Gute und wir sehen uns. Wir sehen uns, ja, das kann passieren. Das sind so Drogen, da hat man immer Angst. Ja, vielen, vielen Dank, Wolfgang Lippert. Ja. Ja. Das ist so Drogen. Vielen Dank.